Herzlich willkommen zu diesem Video zu Literaturverwaltungsprogrammen. In diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, welche Vorteile die Verwendung eines Literaturverwaltungsprogramms hat, welche Aspekte Sie bei der Auswahl eines Programms berücksichtigen können und wie sich die Handhabung der Programme unterscheidet. Dabei beschränken wir uns auf die Programme, für die die Freie Universität Campuslizenzen erworben hat, beziehungsweise für die wir in der Universitätsbibliothek Schulungen und Beratung anbieten. Literaturverwaltungsprogramme können das wissenschaftliche Arbeiten wesentlich erleichtern. Kurz gesagt ermöglichen Sie das einfache Einsammeln bibliografischer Angaben derjenigen Literatur, die in einem Text verwendet werden soll. Anschließend erleichtern Sie das Einfügen nach einem einheitlichen Zitierstil formatierter Belege und Literaturverzeichnisse. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, zugehörige Dateien wie zum Beispiel PDFs mitzuverwalten, die gesammelten Referenzen in Ordnerstrukturen oder mithilfe von Schlagwörtern zu organisieren und eigene Notizen, Anmerkungen und Ideen zu integrieren. Manche Programme bieten noch viel mehr Funktionen, die das wissenschaftliche Schreiben unterstützen können. Unter Literatursuche Literaturverwaltung finden Sie auf unserer Website einen Einstieg in die Welt der Literaturverwaltungsprogramme. Wir verweisen hier auch auf die vergleichenden Übersichten der Sächsischen Staatsen Universitätsbibliothek Dresden und der Universitätsbibliothek der TU München. Beide vergleichen häufig verwendete Programme und zeigen Kriterien auf, die man bei der Entscheidung berücksichtigen sollte. Einen nahezu vollständigen Überblick über die Programme, die auf dem Markt sind, bietet diese englischsprachige Wikipedia-Seite. Bevor es um die Details der einzelnen Programme geht, möchte ich noch auf wesentliche Unterschiede der Programme hinweisen. Bei der Auswahl muss grundsätzlich beachtet werden, für welche Betriebssysteme die Programme angeboten werden. Citavi for Windows wird nur von Microsoft Windows unterstützt. Auf Citavi Web wird in diesem Video nicht eingegangen, weil es uns zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos nicht zur Verfügung steht. Theoretisch kann es als Browser-basiertes Programm jedoch betriebssystemunabhängig genutzt werden. EndNote steht für Windows und macOS zur Verfügung und Sotero kann unter den Betriebssystemen Windows, macOS und auch Linux genutzt werden. Gemeinsam ist ein hier vorgestellten Programmen, das Sie mit dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft Office Word besonders gut zusammenarbeiten. Deshalb zeigen wir in unseren Kursen und auch in diesem Video nur die Zusammenarbeit mit Word. Mit welchen Textverarbeitungen Sie die Literaturverwaltungsprogramme außerdem verwenden können, steht auch in den vergleichenden Übersichten. Nun soll es um die Programme im Einzelnen gehen. Angefangen mit Sotero. Sotero als Open-Source-Software installieren Sie von der Website sotero.org. Gemeinsam mit dem Programm installieren Sie eine Erweiterung für Ihren Browser, mit der Sie gewünschte Metadaten leicht in Ihre Sammlung übernehmen können. Was das genau heißt, wird gleich deutlich. So sieht die Oberfläche aus. Damit alles etwas anschaulicher ist, habe ich hier eine Beispielsammlung geöffnet, die schon mit einigen wenigen Titeln gefüllt ist. Die Ansicht ist in drei Teile unterteilt. Ganz links sind bereits angelegte Ordner zu sehen. Die sind nicht vorgegeben. Jeder kann sie selbst ergänzen und beliebig benennen und dann die gesammelte Literatur dort einsortieren. Hier gibt es einige Unterordner. Wählt man einen der Ordner aus, so wird in der Mitte der entsprechende Inhalt angezeigt. Wählt man wiederum einen Titel aus, so werden im rechten Teil die Angaben wie Titel, Erscheinungsjahr, Autorin und so weiter angezeigt. Dieser Beispieltitel ist zusätzlich mit einem PDF-Volltext verknüpft und es wurden Notizen hinterlegt. Neben den Ordnern auf der linken Seite kann man auch selbstgewählte Tags nutzen, um die gesammelte Literatur für sich zu erschließen. Alle in einer Sammlung verwendeten Text stehen hier links unten, auch als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung. Um den Datenimport an einem Beispiel zu demonstrieren, nutze ich das Bibliotheksportal Primo. Ich führe also eine einfache Suche durch und aus dem Suchergebnis wähle ich einen auf den ersten Blick geeigneten Treffer aus. Dann kann man sich den Treffer nochmal mit seinen Details ansehen und vielleicht aus einem Abstract oder Inhaltsverzeichnis oder vielleicht auch mit Hilfe der Schlagwörter abschätzen, ob der Titel tatsächlich gebraucht wird. Öffnet man diese Detailsanzeige, so sieht man schon, dass sich das Browser-Add-on in der Leiste hier oben verändert. Um die Angaben zu diesem Buch nach Sotero zu übermitteln, muss man einfach nur das Icon anklicken. Anschließend kann man einen Unterordner auswählen, in dem der Titel einsortiert werden soll. Wenn man das nun für mehrere Titel gleichzeitig machen möchte, kann man das Add-on bereits im Suchergebnis betätigen und bekommt dann diese Kurzanzeige aller Titel auf dieser Seite. Daraus kann man nun die gewünschten Titel auswählen, wieder entscheiden, ob sie in eine bestimmte Gruppe sollen und die Daten übernehmen. Anschließend sollten Sie unbedingt die übernommenen Daten in Sotero überprüfen. Anhand des Datums der letzten Änderungen ist zu erkennen, dass das hier die zuletzt importierten Titel sind. Sieht man sie sich einzeln an, so sieht man, dass häufig AutorInnen oder HerausgeberInnen nochmal im Feld Titel aufgeführt werden. Das muss korrigiert werden, damit später, wenn man in einer Arbeit aus diesen Werken zitiert, der Titel jeweils auch richtig ausgegeben wird. Weitere Dinge, auf die man achten sollte, sind, ob Verlag oder Verlagsort richtig übernommen wurden und ob bei elektronischen Ressourcen eine korrekte URL oder DOI enthalten ist. Im Word-Dokument schließlich platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie einen Beleg einfügen wollen und betätigen Added Citations. Beim ersten Mal werden Sie aufgefordert, einen passenden Zitierstil auszuwählen. Betätigen Sie Added Citations erneut, erscheint ein Suchschlitz, den Sie nutzen können, um nach bekannten Titeln oder AutorInnen aus Ihrer Sammlung zu suchen und auszuwählen. Nach der Auswahl können Sie die Vorschau des Belegs anklicken und konkrete Seitenzahlen sowie einleitende Formulierungen wie beispielsweise Vergleiche bei indirekten Zitaten ergänzen. Die Auswahl bestätigen Sie anschließend zweimal mit Enter. Auch an der Stelle, an der das Literaturverzeichnis erscheinen soll, platzieren Sie den Cursor und betätigen anschließend Added Bibliography. Solange das Dokument mit Sotero verknüpft ist, kann der Zitierstil problemlos gewechselt werden. Auch ein Umstellen von In-Text-Zitationen zu Fußnoten ist möglich. Neben der Desktop-Anwendung besteht außerdem die Möglichkeit, sich einen Web-Account für Sotero anzulegen. Mit diesem kann die Sammlung dann synchronisiert werden. Anschließend ist es möglich, die eigene Sammlung über die Webseite einzusehen, zu bearbeiten und mit anderen zu teilen. Der Speicherplatz ist allerdings begrenzt, sodass nur die Metadaten, nicht aber die zugehörigen PDFs dort gespeichert werden sollten. Weil auch der Quellcode des Programms öffentlich ist, gibt es aus der Gemeinschaft der Sotero-Nutzenden bereits zahlreiche programmierte Erweiterungen, die zusätzliche Funktionen implementieren. Kommen wir zu EndNote. Als FU-Angehörige können Sie die von der FU abgeschlossene Lizenz nutzen. Die Installationsdatei finden Sie im CDAT-Portal. Nach erfolgreicher Installation können Sie EndNote nutzen und sehen, dass es Ähnlichkeiten mit Sotero gibt. Auch hier will ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Oberfläche und verfügbare Funktionen geben. Auch hier sind wieder alle Funktionen über eine Menüleiste aufrufbar. Die Schnellzugriffleiste macht häufig genutzte Funktionen leichter erreichbar. Dazu zählen zum Beispiel das Hinzufügen neuer Referenzen oder der Wechsel zwischen EndNote und Word. Der größte Bereich ist in drei Spalten unterteilt. Links beginnend gibt es eine Übersicht der angelegten Ordnerstruktur, die hier aus sogenannten Groupsets und Groups besteht. Im mittleren Teil werden jeweils alle enthaltenen Referenzen angezeigt und rechts die Details oder Metadaten eines Datensatzes, also Titel, Autorin und so weiter. Jedem Eintrag können bis zu 45 Dokumente, wie zum Beispiel PDFs, hinzugefügt werden. Wo das geschehen ist, gibt es ein entsprechendes Kennzeichen. Um die Übernahme neuer Referenzen zu demonstrieren, nutze ich wieder eine Beispielsuche in Primo. Erscheint ein einzelner Treffer interessant, kann man in die Details sehen, um gegebenenfalls wieder anhand eines Abstracts oder der Schlagwörter zu entscheiden, ob der Titel wirklich relevant ist. In dieser Anzeige finden Sie auch Primo's Exportfunktion. Als Exportformat wählen Sie RIS, was für Research Information System Format steht. Was Sie unter Dekodierung auswählen müssen, hat mit der Darstellung von Umlauten und Sonderzeichen zu tun. Sie sollten sich für UTF-8 entscheiden. Haben Sie die Datei heruntergeladen, entscheiden Sie sich für EndNote als Programm, mit dem die Datei geöffnet werden soll. Auch hier gilt wieder, dass Sie die übertragenen Daten genau überprüfen müssen. Mehrere Treffer, auch aus aufeinanderfolgenden Suchergebnissen, können Sie zunächst den Favoriten hinzufügen, um anschließend die ganze Liste zu exportieren. In EndNote können die importierten Titel dann leicht den angelegten Groups zugeordnet werden. Auch in EndNote gesammelte Referenzen können Sie anschließend in einem Word-Dokument als Belege und Literaturverzeichnis einfügen. Vorab wählen Sie einen Zitierstil. Mit EndNote ist es besonders wichtig, dass Sie sich vorab entscheiden, ob die Belege in Fußnoten oder im Text, wie hier mit dem APA-Stil, eingefügt werden sollen. Denn das können Sie nachträglich nicht mehr verändern. Mit dem Punkt Insert Citation im Site-by-Write-Menü öffnen Sie ein neues Fenster, in dem Sie nach Titelstichworten oder AutorInnen in Ihrer Datenbank suchen können. Wählen Sie einen der Treffer aus, so wird dieser dem Text als Quellenangabe hinzugefügt und automatisch am Ende des Dokuments im Literaturverzeichnis ergänzt. Um dem Beleg eine konkrete Seitenzahl hinzuzufügen, klicken Sie den eingefügten Beleg erneut an und rufen im Menü Edit und Manage Citation auf. Tastenkombinationen können diese Navigationsschritte erleichtern. Das Literaturverzeichnis kann nachträglich mit einer Überschrift versehen und die Formatierung mit Formatvorlagen angepasst werden. Zuletzt möchte ich Ihnen noch Citavi vorstellen. Dieses Literaturverwaltungsprogramm installieren Sie, wie auf der Website der Universitätsbibliothek beschrieben, indem Sie die Installationsdatei von der Citavi-Website herunterladen und anschließend mit Hilfe Ihrer FU-Mailadresse einen Citavi-Account eröffnen. Auch hier möchte ich kurz die Oberfläche des Programms vorstellen. Das Besondere an Citavi ist, dass es neben der Literaturverwaltung auch eine Wissensorganisation zum Management von gesammelten Zitaten und Ideen und eine Aufgabenplanung für die Selbstorganisation bietet. In der Literaturverwaltung werden Ihnen, wie in den anderen Programmen auch, die gesammelten Einträge angezeigt. Diese können mit Hilfe von Schlagwörtern, Kategorien und Gruppen sortiert und organisiert werden. Unter anderem haben Sie so die Möglichkeit, die Gliederung Ihrer Arbeit anzulegen und die Referenzen sowie gesammelte Zitate und Textideen den Gliederungspunkten zuzuordnen. Um Literatur für Ihre Sammlung einzusammeln, können Sie im Browser den sogenannten Picker benutzen. Er erkennt bei einigen Webseiten und Datenbankangeboten die verfügbaren Daten und man kann auswählen, welche Titel in die eigene Sammlung übernommen werden sollen. Natürlich gilt auch in Citavi, dass die übernommenen Daten genau überprüft werden müssen. Anschließend kann man sie beispielsweise einer Kategorie, also einem Gliederungspunkt zuweisen. Nach dem gemeinsamen Import sind die Titel als Auswahl zusammengeführt. Um zur Sammlung zurückzukehren, muss die Auswahl aufgehoben werden. Ich möchte noch kurz einen Blick in die Wissensorganisation von Citavi werfen. Hier werden Zitate angezeigt, die aus verknüpften PDFs übernommen wurden. Sie können mit eigenen Worten zusammengefasst und kommentiert werden. Eigenständige Textideen kann man hier ebenfalls erfassen. Die Aufgabenplanung kann man nutzen, um sie selbst und die für eine Arbeit nötigen Bearbeitungsschritte zu organisieren. Macht man von der Wissensorganisation umfangreich Gebrauch, so kann man sich vor der intensiven Arbeit am Text ein vorbereitetes Skript generieren, das dann die Gliederung und alle gesammelten Textstellen und Ideen enthält. So startet man nicht mit einem leeren Blatt. Im Word-Dokument ist das Citavi-Menü etwas umfangreicher als das der anderen Programme. In der Seitenleiste haben Sie Zugriff auf Ihre Sammlung aus Literaturnachweisen, Zitaten und Ideen und können diese auch dem erstellten Skript nachträglich hinzufügen. Ein Literaturverzeichnis wird auch hier wieder automatisch am Ende des Dokuments eingefügt. Änderungen des Zitierstils und Anpassungen der Formatierung sind ebenfalls möglich. Das war der Überblick über die Literaturverwaltungsprogramme Sotero, EndNote und Citavi. Wir hoffen, Sie können sich nun etwas leichter für eins der Programme entscheiden und danken für das Interesse. Und zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.